Ehrenrunde, die bitten wir gleich auf der linken Hand, damit wir auch auf den Fotos die schönen Schleifen wunderbar erkennen können. Also bitteschön, Ehrenrunde auf der linken Hand. Und los geht's. Die Bräune. Und dann T2. Und dann kommen Sie, meine Damen und Herren, herzlichen noch einmal umso weiter. Bekal, der Siegerpferd. 8,2 Punkte, Drückwunschlein. Silber, Posten Reisinger. Unsere Katharina Fritz von der Ferde. Auf Wiedersehen im Kölnir Sport. Schönen, wie gesagt. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Hier beginnt die T2-Vorpferd und Reiter sind unterwegs zu uns, bitteschön. Und ich darf Sie ganz herzlich darauf hinweisen, dass der IPZV Oberpfalz laut unserem Gastgeber eine wunderbare Initiative unterstützt. Schmiede ohne Grenzen. Schmiede ohne Grenzen. Vielen Dank.